Jarolek, gelagert und schliessen. Die Nords haben wieder eine Burg angenommen, das ist nicht gerade gut. Hier sind sämtliche Steuergelder von REYA DIN. Sie belaufen sich auf 6.842 DIN. Gut gemacht, Drago Bartler. Wirklich sehr gut. Ihr wart wahrlich die richtige Person für einen Auftrag. Ich versprach euch den fünften der Steuern, was 1.369 DIN ausmacht. Wenn ihr mir 5.473 DIN gebt, so merkt ihr die Differenz behalten. Ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten, nicht wahr? Und jetzt, Aufgaben. In Bachek, ein Spion. Ich müsste nach Wachek. Ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Wachek ist das Wadien. Ich mache es erst einfach mal. Wie kann ich den Spion erkennen? Der Freund eines Freundes hat mich geschickt. Okay. Okay. Ich probiere es, aber es wird schwer sein. Weil wahrscheinlich ist es doch die Nords, oder? Nein! Wir müssen dorthin. Puh. Aber ich werde sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Von Karindi. Ich weiß nicht, wo Karindi ist. Aber es ist sehr gefährlich. Wenn wir das schaffen, dann sind wir gut. Weil Nords sind sehr zahlenreich überlegen. Viele sind in Gefangenschaft. Wir können es ja nochmals lesen. Nordkönigreich haben Burg Jeripe von Königreich Wege genommen. Und Jeripe ist... Oh nein, das ist hier. Mist. Da müssen wir schon helfen, diese Zürich zu erobern. Zum Gorillik haben wir hier relativ gute Sichtweite. Wir können dadurch die Nords sehr gut ausweichen. Ja, toll. Die greifen uns noch an. Auch ein bisschen stärker. Kampfvorteil 2. Und dann sind... Das Wert ist 6. Schaffen wir das? Klar. Und hier haukelt es schon Pfeile. Und hier haukelt es schon Pfeile. Gut. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den. Und den da oben. Oder die da oben. Wir gehen zu dem. Der ist nämlich ein bisschen freier. Dann können wir gut hier... Es ist nur dann verloren. Schäupt verloren. Schäupt verloren. So. Wir haben es doch mehr gewesen. Die haben sich ein bisschen aufgeteilt. So, zwei Kergit Plänkler. Nicht so gut. Keine Gefangenen nehmen. Rekruten aufstufen. Fusser-Daten zum Veteranen. Oh. Die müssen wir zum Plänkler machen. Ja. So, jetzt haben wir alle wieder gelevelt. Und hier haben wir was super. Das ist ja mal richtig geil. Eine Axt. Fracht auch Stärke. Nordisches Schwert. Schatig. Und einen Langbogen gesprungen. Hallo Hauptmann. Firentes ist recht temperamentvoll. Was? Während des letzten Gefechtes hielt ich einen freundlichen Plausch mit unseren Feinden. Iberia mit, während wir Schwertfitte austauschten. Und es wurde zum Rumpelstinzchen. Und er wurde zum Rumpelstinzchen. Als der Staub sich gelegt hatte, drehte sich Firentes zu mir um und beschied mir nicht, den Zorn des Himmels mit einer Hibis zu rufen. Ich antwortete, dass ich wenigstens nicht meinen eigenen Bruder getötet habe, was meiner Ansicht nach ein größeres Problem für den Himmel ist, als loses Geschwärz auf dem Schlacht. Ich sage, Firentes wurde rot wie ein Pavian-Arsch und hätte mich geschlagen, wenn ich nicht geschickt gedruckt hätte. Er soll sich entkrampfen. Ja. Er sagt Firentes, dass ich in dieser Sache unterstütze und dass er seine Zunge hüten soll. Bei dem kann er ja nichts dafür und darum habe ich ihn unterstützt. Ja. Läuft gut. Anschleichen. Warhek. So. Und, ähm, ja, weiter nach Warhek. Okay, hier ist Jarl Olaf. Der hat uns nicht gesehen. Gut, dass wir so gute Reichweite haben von der Sichtweite. Und deshalb, ja, wir schleichen uns jetzt langsam von hinten heran. Ah ja, wir können noch ein bisschen hier aufleveln, bei den Gefährten. Hier hast du was an Alsrüstung und hier kommt sie die Intelligenz über. Mit Haftverwaltung braucht sie nicht. Handel auch nicht. Da kannst du gerne noch ein bisschen Kriegszeugs lernen. So. Eine Handwaffen. Und der Schwari. Kannst auch noch ein bisschen Ausrüstung bekommen. Nein, du hast keinen Bogen. Dann brauchst du jetzt einen Bogen. Und ein Schild. 11, 8, 24, 23. Das ist gut. Ähm, Reden. Ausbeten. Intelligenz. Ähm, Spurensuche. So. Und von dir möchte ich gerne Bogen schließen. So. Und dann noch mich ausbeten. Das geht über hier. Ähm. Innotarverwaltung brauche ich momentan nicht. Anführerschaft brauche ich momentan auch nicht. Dann möchte ich gerne wenigstens ein bisschen Stärke haben, um zwei Handwürfe zu tragen. So. Wurfkraft brauche ich nicht. Plündern. Ausbäder. Ähm. Überzeugungskraft kann ich sogar noch steigen. Gut. Dann zwei Handwaffen bitte steigen. Sehr wichtig. So. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich will nichts Böses. Gut. Mist, 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 Mist. Das sind das... Nein, das sind Menschenjäger. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Der ist nämlich wieder zurück. Der greift uns wieder an. Es ist wirklich zu schwer. Ich muss warten, bis der weg ist. Das ist schwer. Schaffen wir diese Quest? Das erfahrt ihr in der nächsten Aufnahmesession. Nein, keine Panik. Ich höre dem nicht auf. Jetzt. Und ich mache euch nicht das zur Hölle. Das warten. Ja, ja. Gehe ich nur weg. Also ich gehe nicht weg. Diese Quest machen wir hier noch. Dann muss ich leider mal langsam ins Bett. Puh, da könnte ich immer wieder angreifen. Toll. Weißt du? Nein. Nein, nicht ja. Geh weg. Ich schleiche mich mal von hinten an. So. Ich habe mich aus den Augen verloren. Jetzt werde ich hier den direkten Konflikt suchen. Mit Vahrek. Und? Ja. Ja.